Echte Basisdemokratie, das können in der Welt offensichtlich nur drei Instanzen. Das ist einmal die freie Argumentekultur eines Jürgen Wagner, bekannt aus Maischberger, Stefan Raab und unzähligen öffentlich-rechtlichen Fernsehberichten als der Pionier einer neuen Kommunen-Experimente-Serie sozusagen, mit dem Ziel, wirklich eine glückliche, gesunde Gesellschaft auszuprobieren in Form von Kommunen. Und diese freie Argumentekultur, da gibt es eben das Orga-Team der FRAG-Partei, aber ich will mal lieber sprechen von den FRAG-Parteien. Also FRAG-Parteien sind die Basisdemokratischsten, echt Basisdemokratischen, während bisher alles, was sonst existiert, leider noch keine Basisdemokratische Partei ist. Und wir sind ja jetzt der Hoffnung, dass die Basis Österreich sozusagen die erste wirklich große, nennenswerte FRAG-Partei wird, also freie Argumentekultur der Partei. Und damit sich auch das Potenzial für die 56 Prozent eröffnet, denn wer sozusagen echte Basisdemokratie praktiziert, was macht? Also eine echt Basisdemokratische FRAG-Partei, ja so, ich muss noch sagen, die zweite Instanz, die wissen, wie Basisdemokratie wirklich geht, sind natürlich Weltrat und Next Scientists for Future, weil dort mit dem Konzept Demokratie pur quasi ein echt Basisdemokratisches Konzept vorliegt und ja auch die Machtbegrenzungskette aus fünf Kettengliedern vorliegt, die also wirklich echte Basisdemokratie praktizierend, während außerhalb von FRAG und Next Scientists for Future und Weltrat praktisch überall Pseudo-Basisdemokratische Konzepte gewälzt werden, die nicht funktionieren können. Sogar die Schweiz ist ein Pseudo-Demokrat, Basisdemokratisches Konzept. Denn warum? Die Schweiz hat keine Medienreform, weil sie noch keine Medienreform hat, bestimmen die Konzerne in der Schweiz über die Inhalte der Medien und damit auch über die vorteilbringenden Irrtümer, die die Medien als Manipulation in die Köpfe der Wählerinnen hineinpflanzen und dadurch bestimmen sie letztendlich auch über die Ausgänge all der Volksentscheide in der Schweiz. Nun, das ist Pseudo-Basisdemokratie. Echte Basisdemokratie funktioniert nur mit echten öffentlich-rechtlichen Medien, also im Staatsdienst tätigen Medienunternehmen, egal ob die Medienunternehmen in privater Hand sind oder in staatlicher Hand, das spielt keine Rolle, sondern entscheidend ist nur, dass die Medien belohnt werden, wenn es den Bürgern und den WählerInnen besser geht und nicht mehr belohnt werden, wenn es ihnen schlechter geht und wenn sie da in diesem Sinne auch völlig werbefrei sind und so weiter. Also sozusagen ein Staat mit konzernfinanzierten, manipulativen, vorteilbringenden Irrtümer ausstreuenden Medien kann niemals eine echte Basisdemokratie haben. Denn diese Informationsoffenheit für alle Seiten und so weiter, die ist die Voraussetzung für echte Basisdemokratie. Deswegen gilt auch die Formel, Mitglieder von Frackparteien, egal ob das dann vielleicht hoffentlich bald die Basis Österreich in Gänze ist, also die Gruppe der Frackparteien und die Mitglieder irgendeiner Partei aus der Gruppe aller Frackparteien durchforsten die Welt nach ganz konkreten, praktischen Vorschlägen für Reformen, die sie dann hineintun, hineintun in das hier, in die Volksentscheid-Wahlprogramme. Ja, hier haben sie, Beispiel sind mal ganz, das ist nur ganz provisorisch, hier sind fünf Vorschläge gesammelt werden zu Reformen im Bereich Wirtschaft, Handel und Mittelstand. Und das wäre jetzt der erste Volksentscheid nach der Wahl, wo die Wählerinnen drüber konsensieren dürfen oder in irgendeiner Form jedenfalls abstimmen dürfen. Und das ist echte Basisdemokratie. Und über diese fünf Vorschläge, und man macht das so, man müsste das in Gruppen formieren, also in Gruppen. Zum Beispiel hier die Gruppe der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen mit Leistungsmessungen aller Beteiligten im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Geschehen. Und dann könnte man zum Beispiel hier hinschreiben, die Vorschläge des Gesundheitswesens in Staatshand, also hier, wenn wir jetzt mal auf die Gesundheitsreform gehen, zum Beispiel, dann könnte hier irgendwo stehen, Gesundheitswesen in öffentlicher Hand, in Staatshand, also entkoppelt von allen möglichen Profitinteressen und so weiter. Und also ohne Leistungsmessung und hier so, und dann hier so, Öffnung des Gesundheitswesens auch für alle potenziellen Scharlatane und Quacksalber ohne Leistungsmessung. Ja, sozusagen, ja, das, so sind, man könnte dann so Gruppen bilden, immer fünf Gruppen. Und jetzt ist unsere Idee, wir haben ja das Konzept des Würfels, also dass die Position, welche Vorschlägegruppe sozusagen kommt, in welche Position, dass das ausgewürfelt ist. Und unsere Idee ist ja jetzt, dass wir sagen, wir begrenzen jetzt einfach mal jeden Volksentscheid auf fünf Vorschlagsalternativen, und zwar, indem erst einmal Gruppen aller Vorschläge gebildet werden. Zum Beispiel wäre dann hier, was weiß ich, die Next Scientists for Future wären dann ein Teil dieser Gruppen und dann würde da unten stehen, ja, zum Beispiel Urheber, zum Beispiel Next Scientists for Future.de und stehen für die Durchführung der Reform in den Ministerien zur Verfügung oder nicht zur Verfügung. Denn das ist ja für die Wähler der entscheidende Hinweis, können diese jeweiligen Reformen dann auch kompetent umgesetzt werden. Ja, das ist dann nochmal ausschlaggebend. Und so würde dieses sozusagen, würde gearbeitet werden. Und das ist das Einzige, was Parteimitglieder machen. Denn es hat ja keinen Sinn, wenn die Parteimitglieder in irgendeiner Weise dem basisdemokratischen Konsensieren der WählerInnen vorgreifen durch irgendeine Zensur, eine Ideenzensur, die sie innerhalb der Partei machen. Also eine neue, echte, basisdemokratische Partei macht keine innerliche Ideen- und Expertenzensur mehr. Alle parteiinternen Experten dürfen Vorschläge formulieren und alle parteiexternen Experten werden gesichtet und durchforstet. Ich lese also nochmal den Schlüsselsatz vor. Mitglieder echter FRAG-Parteien und damit echter basisdemokratischen Parteien durchforsten die Welt und die laden die Welt ein. Ziel, alle ganz konkreten praktischen Vorschläge für Reformen zusammen und sie in Gruppen zusammenzufassen. Und zwar in fünf Vorschlagsgruppen. Und dann konsensieren die WählerInnen im ersten Volksentscheid, was ihre Favoritengruppe ist, sozusagen. Und dann wird zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Gruppe der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen mit Leistungsmessungen wie die Next Scientists for Future würde gewählt werden, während zum Beispiel der Vorschlag gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, zum Beispiel Christian Fellbers Gemeinwohlökonomie ohne Leistungsmessung, eben nicht konsensiert worden wäre. Dann würde die gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen mit Leistungsmessung, würden dann wieder aufgesplittert werden in zum Beispiel fünf verschiedene Vorschläge mit unterschiedlich vieler Verwendung von Neudaten. Denn es gibt ja viele Menschen, die haben Angst davor, dass irgendjemand etwas Böses mit Neudaten anstellen könnte, mit neuen zusätzlichen Daten. Also es gibt ja die Möglichkeit, diese gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen nur mit den schon bisher erhobenen und vorhandenen Daten zu machen. Und ich selbst bin eher dafür persönlich, sie mit allen Neudaten zu machen, weil ich keinerlei Angst habe. Es gibt ja das Beispiel von dem Herrn Jürgen Wagner, wenn gerade das Haus brennt und deine Kinder gerade dran am Verbrennen sind, dann zu sagen, ich verwende nicht mein Handy, um die Feuerwehr zu rufen, weil da könnte ja Datenmissbrauch mitgemacht werden. Dann ist das unverhältnismäßig. Und genauso sehe ich das auch. Die Welt brennt, unser Leben ist zerstört durch die jetzigen Wirtschaftsordnungen. Und da nicht das Risiko einzugehen, Neudaten zu verwenden, um eine echte, menschenfreundliche Gesamtwirtschaftsordnung zu erzielen. Das wäre aus meiner Sicht auch wieder genauso unverhältnismäßig. Also quasi das Haus brennt, die Kinder sind kurz vorm Verbrennen, sind gefährdet von Übergewicht, von Diabetes, von Ernährungskrankheiten aller Art. Und dann machen sich die Leute Sorgen darüber, darüber, dass irgendjemand vielleicht irgendwann mal trotz aller riesigen Datenschutzaufwendungen, die wir natürlich praktizieren würden, trotzdem irgendeiner mal irgendwann einmal irgendwelche Daten missbrauchen könnte für irgendwelche dunklen Zwecke. Ja, deswegen jetzt das Haus abbrennen zu lassen und die Kinder verbrennen zu lassen im Übergewicht, in Diabetes und, 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 das halte ich für unverhältnismäßig. Aber das kann ja, das sollen die WählerInnen entscheiden, was sie für richtig halten, ja. Und zwar, indem sie über alles offen informiert werden, über das Pro und Contra aller offenen Dinge, wofür es natürlich eigentlich auch schon die Medienreform als erste, eigentlich müsste die Medienreform die erste Reform sein, wo wir dann fünf Vorschläge sammeln müssten. Ja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden hier, die Gruppe der FRAG-Parteien ist unsere einzige Hoffnung, weil sie für die echte Basisdemokratie stehen. Ich hoffe, dass die Basis Österreich und hoffentlich bald auch die Basis Deutschland und hoffentlich bald dann auch wir 2020.de, mit denen wir ja auch bisher in guter Zusammenarbeit standen sozusagen, dass die alle sich rückhaltlos bekennen zur echten Basisdemokratie, im Gegensatz zur Pseudo-Basisdemokratie, die im Moment noch überall grassiert, die auch in der Schweiz immer noch grassiert, ja. Denn die Schweizer haben nicht erkannt, dass es keine echte Basisdemokratie geben kann, solange die Großmedien in Konzernhand sind und deren Vorteil bringende Irrtümer manipulativ in die Köpfe der Wählerinnen hineinstreuen, wodurch die Volksentscheidungen der Wählerinnen beeinflusst sind durch die manipulativen Vorteil bringenden Irrtümer der Großkonzerne in der Schweiz. Und das ist eben keine echte Basisdemokratie. Ja, tschüssi, bis bald!